jo moine leute herzlich willkommen zum zwölften spieltag der fußball bundesliga prediction für die saison 2021-2022 let's go heute abend um 20.30 Uhr das bayern derby zwischen fc augsburg und den fc bayern münchen das gewinnt der fc bayern münchen mit 0 zu 2 dann morgen um 15.00 Uhr als die borussia münchen glattbach spielt gegen spielvereine kronkröter wird 1 zu 1 dann bayern 04 leverkusen gewinnt 2 zu 0 gegen vfl bochum dann borussia dortmund gegen vfb stuttgart das gewinnen die dortmunder 3 zu 2 arminia bälerfeld unterlegt und 1 zu 2 zu hause den vfl volksburg dann tscherske 899 hoffenheim spielt gegen rb leipzig 1 zu 1 dann das bwin topspiel der woche live auf sky um 18.30 Uhr das berlin derby erster fc union berlin gegen hertha bsc berlin das ganze geht 2 zu 2 aus und sonntag um 15.30 sc freiburg gewinnt 1 zu 0 gegen eintracht frankfurt und um 17.30 die beiden karnevalsvereine gegeneinander erster fsv mainz 05 gegen den ersten helft zu köln das geht 1 zu 3 aus wird die kölner so das war es vom 12. spieltag der bundesliga prediction für die saison 21, 21, 22, 22, so lassen, like da lassen, obo da gut kickt, ciao